Willkommen zurück zu Let's Play, Megamans... Ach, was wollte ich schon sagen, Battle Network. Und ja, jetzt, in diesem Abschnitt hier, ich bin durchgegangen. Du kommst ja nicht rum, wenn du nur rumballerst, genau. Oh Gott, ich darf... Aber ich darf fliehen. Ich darf fliehen. Ich darf aber... Prüfung deines Busting Level nach Kampf. Busting Level lag manchmal unter 4. Rache kommen nicht ins nächste Gebiet. What? What the hell, was darf ich hier überhaupt? Hä? Das heißt doch nur... Geil, Schwächlinge werden hier nicht... Zwei Türen, ja, okay, das ist logisch. Das heißt nicht fliehen, die ganze Zeit nur killen bei diesem fucking Monster. Äh, yo. 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 Oh mein Gott. Oh. Oh, shit. Ich darf ja... Ich darf ja nicht herumballern. Wie schön, dass... Wie schön, dass ich grad keinen Buster mehr hatte. So. Heieieieiei. Das wäre beinah knapp geworden. So. Ist das einzige, was ich grad tun kann? Doh. Oh. 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 immer noch was im Hause, aber... Okay. Ich glaube, mein Mikrofon ist etwas zu hoch. Jetzt glaube ich besser. Und wir haben gefunden 2400 Centis. Ist schon mal nice. Wo ist die erste Tür? Ich will nicht denken... Oh, ich wollte schon sagen, 2 Atems im Moment. 1800 Centis. Ja, nach einer bestimmten Zahl, die man geht, kommt also ein Gegner. Ach, nur du. Okay. Müsste möglich sein. Hoffe ich doch. Ich hätte sowas von getroffen. Oder auch nicht. Mein Gott. 500 Centis. Safe. So, da unten will ich auch noch irgendwann hin, aber erstmal müssen wir die Türen finden. Das hat oberste Priorität. Oh, Gott. Oh, Gott. 3 Mega. Serious. Nehmen wir Fireman. Alleine schon, weil... Weil ich dadurch noch bei... Ich darf ja... Oh, fuck. Wird das jetzt scheiße. Ich darf ja nicht rumballern. Warum renne ich da noch rein, Alter? So noob. Oh, mein Gott. Nehmen wir die Granate. Of course I can. Dann ist der nervige Fisch schon mal weg. Oh, no, no. Oh, wow. So fucking knapp. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Ich hoffe, dass es darauf, dass es doppelt einen Treffer machte oder dass wir im nächsten... Äh... Doppelt Schaden, meine ich. Oder ob wir im nächsten... Ja, doppelt einen Schaden. Nice. Wann also beide... Hätte ich von Anfang an doch Elik mehr nehmen können. Ich war mir nämlich auch unsicher dabei. Aber egal. Man lernt. Gott. Hier lang. Ha! Ich wusste es. 3000 Centis. Wow. Wow. Ich hätte weniger gehen können. Hier komme ich nur an ein Item. Oder war da schon eine Tür? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. I don't wanna. Dann machen wir halt Feuer mit E. No! Ich hab geballert. Verdammte Scheiße. Jetzt interessiert es mich auch nicht. Jetzt muss ich mal gucken, was genau passiert, wenn wir jetzt hier rausgehen. Und natürlich jetzt kriegt Reign 2, obwohl ich hier nicht... Okay. Ich muss sicher halt einen anderen Safe State machen. Vielleicht nicht zu viel ballern, aber ein bisschen geht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Wie viele Wege wollt ihr hier lang? Da war eine Tür, glaube ich. So, mal gucken. Fisch. Doppeln Schaden. Ja. Dann ballere ich nicht viel rum, aber ein bisschen. Trilands. Geil. Hier ist nichts. Wow. So much wow. Hm. Okay. Okay. Kannst du aufladen. Hm. So, dann wollen wir doch mal den... Und noch mal ne Trilands. Cool. So, hier ist das Item. Oh mein Gott. So was hab ich noch nie gefunden. In irgendeinem Mega Man-Spiel. Hier braucht man anscheinend sehr viel Geld. Ja, wenn ich mir das angucke, von wegen... Ähm... Das ist schon am Anfang so viele... Sachen... Nein. Um Feuer... Ja, okay. Ein, ein Mann tot. Ähm... So viele Sachen so teuer schon am Anfang. Das ist... Wow. Wow. Aber okay. Tschüss. Und noch mehr Tennis. Alter, hier kriegt man Geld ohne Ende. So, was bist du? Jo. Keine Ahnung, wo die zweite Tür auch ist. Mir egal. Ich geh zuerst hier durch. Was sagst du mir? Hier ist Endstation, aber es gibt bestimmt noch etwas zu entdecken. Gut. Busting Level geklärt. Zweiten State. Oh mein Gott. Scharp? Bist du ein Scharp... Fuck you! Not you again! You know that I hate you, do you? Do you? Do you? Fuck. Diese Mine wird mich töten. Ich hab's gesagt! Diese Mine wird mich töten! What the fuck? Okay, shop? Psst! Hey Junge! Ich hab da was! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt ist hier so weit drinnen. Verfickter Scharp. Das heißt, ich will hier nicht rausgehen, ohne erstmal alles aufgekauft zu haben. Das ist... What? Nein! Ice Punch. Get on 2. Und mehr gibt's hier nicht. Okay. Kartenbräunig. Die hab ich sowieso alle in einer anderen Zahl. Wird's mich verarschen, ich kann noch ein paar... Wow! 10.000 sind gar nichts. Wow! Irgendwie denke ich, du hast Pflanzen-Element. Dann hoffen wir mal, dass das stimmt. Was ich nicht glaube, aber okay. Ich darf ja wieder rumbustern. Von daher ist es mir eh scheißegal. Es hat Pflanzen-Element. Okay. Ich wollte nicht wissen, was dieses Ding drauf hat. Snake Egg. Schlange irrt umher. 130. Nice. Naja, andere Sache ist... 1500 Centis. Nämlich jede Centis, die ich bekommen kann. Je nachdem... Je länger man hier drin ist, man kann eigentlich nicht speichern, wenn man das Original spielt. Das ist... Etwas... Uncool. Genauso wie dieser Raum hier. Alter, was ist das für eine Kacke? Alter, ich will nicht gegen den Typen das... Spielen. Wie viel Schaden ziehst du mir bitte? Äh... Okay. Das, das, das. Passt. So, das. What? Weh, du legst die Mine genau über mir. Danke. Bist ein netter Minenleger. Ich mag dich. So, sind wir jetzt unten hingegangen? Nein, von dort kommen wir. Dann werde ich den Safestate laden, weil ich jetzt weiß, dass es abhängig ist davon, wie viele Schritte man geht. Ich hasse nicht. Oh, ich habe eine Idee. Soll ich es riskieren? Obwohl ich hier diese Combo habe? Ja, ich riskiere es. Funktioniert nicht. Steal. What the fuck? Wer von euch kann Steal einsetzen? hoffentlich nicht. Das bist du, Typ hier unten. Du kannst keine Erdbeben machen. Du kannst gar nichts machen. Oh, ich habe vergessen. Es liegt hier ja noch eine Mine. Oh, fuck. Oh, noch ein. Oh, zum Glück, weil da noch ein Feld war. Bitte keine Mine. Oh Gott, beide Mine sind in der letzten Reihe. Ach, du heilige. Oh mein Gott. So, was haben wir hier? 1.500 Centis. Nehmen wir. Wie viel haben wir wieder? Ach, ich brauche 50.000. Hier ist auch wieder nichts. Da ging es zurück, oder? Ja. Das heißt, wir gehen definitiv nach oben. Ach, Granatenviecher und... Oh Gott. Soll ich Granatenviecher mit Granate besiegen? Ich glaube schon. Hallo. Die haben ja aber etwas zu viel Leben. Viele Granate... Warum zeigst du eigentlich immer nur nach außen? Warum? Oh, fuck. Ich kann nur noch hier stehen bleiben. Wenn die noch eine machen, die dann halt... ...dahin zeigt, dann bin ich... ...ne, am Arsch. Also geradeaus zeigt. Lowstoneman. Schreite zur Tat. Random. 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 Einer ist tot. Der mit dem meisten Leben. So, wie soll ich dich jetzt besiegen? Ich will nicht explodieren. So kann ich dich besiegen. Das hat es mich doch noch erwischt. Okay. Nichts. Eist kalt, bei einem Gamerspiel hätte ich auch gesagt... Jo, komm. Aus an. Geht schnell. Wenn da so viele Kämpfe kommen. Dann eben so. Meine Güte. Die sind für dich. Ich muss eigentlich nur schnell genug rankommen. Oh, was mache ich da? Danke. Jetzt muss er eigentlich nur schnell genug rankommen. Und dann erledige ich ihn... Mit dieser Karte und nicht mit dem Basta, der genau 80 HP abgezogen hätte. Ja. 500 Centis pro Kampf. Eigentlich nicht verkehrt. Äh, 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 Fire Tower. Rette mich, bitte. Rette mich. Ho. Cool. Dass ich immer eine Feuerkarte dann haben muss. Jetzt hab ich schon zwei von den OP-Karten. X-Panel-G. Okay, die nehm ich ja auch. Aber auch nur, weil ich vorher so eine geile Karte wiedergekommen habe. Hier geht's wieder runter. Nein, ich will weiter oben. Ah, hier gibt's ein Item. X-Panel. Dingsbums. Oh Gott, kein Bock. Hier ist ja Endstation. Hier muss man nichts mehr schaffen. Oh Gott, Granatenviecher. Kein Bock auf Granatenviecher. Schlange! Und ich hab keine Feierkarte. Ich will irgendwie nicht wissen, was du drauf hast. Ähm. Deer Snake. Oh Gott. Tschüss. Oh, nur 510 ist. Okay, den nehme ich auch. Oh. King... Äh, nee, ne, das Wort. Ich dachte schon, Kingsford. Nein, genau das. Ritterschwert, Tiefe 3. Ich sollte B einführen, allein auch wegen dem hier. Alter Schwede. Irgendwann. Jetzt nicht. Fuck, ich hab nicht geschweichert, ne? Oh mein Gott. So noob. Okay, einen kann ich ja schon mal von zu 100% vernichten. Los, Roll. Warum wolltest du schon die ganze Zeit nicht? Warum greifst du den an? Oh, ich bin grad dem... Schlag ausgewichen. Ich bin dem Schlag ausgewichen. What? Ich bin dem Schlag ausgewichen. Was geht ab? Das geht? What the hell? Okay. Muss ich anscheinend nur richtig timen. Warum speichere ich grad die ganze Zeit nicht? Das gefällt mir nicht. Ach was. Woohoo. Die Erschütterung gibt es anscheinend nur, wenn... Äh... Wenn man, äh... Wenn die Erschütterung auf der Penne schon passiert ist. Nicht, wenn man dann da drauf geht. Nice to know. Mine 3. Ach ja, ich kann mich erinnern, dass wir am Raum von wegen Sammelsund so viele Battlekarten nicht vorbeigekommen sind. Egal. Stoneman schreitet zur Tat. Naja, besser als gar nichts. Außerdem das hier. Bedeutet besser als alles. Moment, warum sind die vorher nicht weggegangen, als da die ganzen anderen Gegner da waren? Hurricane E haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Okay, wie lange nehme ich eigentlich jetzt schon auf? Oha... Geht. Geht. Aber der Part wird trotzdem gleich beendet. Weil wir dann wieder in den Anfangsraum kommen. Okay. Okay. Da ich weiß, dass ich dich ausweichen können tun, will ich mal, äh... Es versuchen zu tun. Ja. Easy. Easy. Ich weiß, wie man die Gegner besiegt. Und das ist easy. Oh mein Gott. Was ist los, Alter? Jetzt nicht mehr. Jetzt hat er mich natürlich getroffen. Auch nur, weil ich so doof bin. So. Zennies. Meine Zennies. Gut. Leute. Ich sag dann, im nächsten Part sehen wir uns an dieser Stelle wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und Tschüss. Tschüss.